schlange entdecken werden zu liebe gehen ohne zu bezahlen aus überprüfen sie alle wohnung gar nicht mehr lesen überprüfen sie alle bonus die erworben werden können mehr kann ich nicht lesen und das wollen geht nicht wir machen erst mal auf oder gerne kasse tschüss wie kann ich jetzt hier an die kasse taste warum habe ich ein regal ich habe ein regal gekauft will ich nicht danke kann einfach stehen bleiben alles klar ach so ich habe ja auch gerade gewundert ja ja 6 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 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 9 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 15 9 10 13 14 15 14 14 14 15 ja kommt die zu mir gehen sie nicht da vorne aber der tut ja bei mir auch bei dir steht jemand an der kasse ich weiß auch schon gesehen man muss sich ein bisschen dran gewöhnen nein hallo die dame was brauchen sie was wünschen sie ihr dollar ok kriegen sie wieder 80 oder dollar wie egal 31 sie haben aber durch dreimal wasser also weil sie hier stehen immer die waren deine kasse nein das war 60 na wie das bei ihm kollege das gut sehr schön wir haben sie schon eingenommen nix toll sie sehen aber schick aus wollen wir in offen date genau fünf euro ok sie will lieber zu dir ja ich sehe besser aus als du haben sie bekommen die frauen alle zu mir die kaufen zu wenig ich habe schon mal was im wagenkauf vorbereitet kann mit produkte kaufen kann ich doch nicht kommt ja schon ich würde aber erst mal sagen wir kaufen erst mal die produkte die wir ich hoffe mal die nächste fuhr 1440 kriegen sie wieder also entschuldige kollege ich wollte aus helfen ja 27 du kannst du ruhig da passen wir jeweils ein tag und egal dass er letztend ja Komm schon. Oh Gott. Henne. genau ein ich muss auf klo ich muss mir nicht noch kaufen so ich kann ich den wieder hinstellen also nein du kriegst mich nicht mit der linken maustaste wo kann man nicht machen ich gebe eine kasse also hier steht nichts mit licht vielleicht kommt es noch mit licht wer weiß und 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 ich wollte gerade schon ich habe bis jetzt kein licht gefunden land platz kaufen lager platz kaufen leertaste moment aber dran gewöhnt das andere spiel ja das ist so an ist nicht wie du willst einfach ich habe nichts getan stell dir mal wieder hin ich glaube das war's für den tag sieht so aus dem jahr weiter ich schließe mal feierabend was okay man jetzt lasst es mal bitte ich muss gerade überlegen sie hat gesagt schlag mich härter baby okay mache ich schlag mich härter baby okay okay so ein dritter besen das ist auch geil so sieht man gleich alles was man in der rad was deine einkaufsliste ja wir haben auch 101 salz kann das sein 49 mal reis wir haben neun stück ins lager ja was ist das ganz unten dass die gelbe zahlen das ist praktisch das hätten sie auch bei dem anderen super max spiel direkt einführen können also ich würde aber trotzdem sagen wir können doch mal einmal ohne einmal wasser wasser und wasser und honig ach ja so in welche richtung wollen wir jetzt was hast du gemacht ich habe mit produkten gekauft wir haben aber kein kühlschrank egal kaufen denn ich habe ich auch gefühlschrank einfacher kühlschrank nehmen wir ein doppel doppel ja wollte ich kann machen aber ich war es regnet es regnet kartons was bist du ich glaube jetzt mal wieder warte ich mache ich kaufe warte ich mache ich kaufe du wirst mich doch verarschen du wirst mich doch verarschen wieso ich probiere erstmal gräser was 개를 warte Das ist noch mal Joghurt. Ne, das passt. Nicht genug Guthaben, verdammt. Ne, das kommt hier rein. Warum kommt es da rein? Das frage ich mich auch. Eigentlich kommt Milch doch woanders hin. Manchmal, ja, wenn es eine halbbare Milch ist, kommt es im Regal. Aber sonst wird es noch kühl gelegt. Ja. Was bist du wie eine Milch? Keine Ahnung. Hä? Ich weiß nicht, was das wie eine Milch ist. Ich hau nicht. Ups. So, ich helfe mir mal. Jo. Kommen Sie, kommen Sie, hier rein spazieren. Kaufen Sie, kaufen Sie unsere Ware. Ganz viel. Ich geh mal in gerauchen. Bis gleich. Ja, ja. Geh mal in gerauchen. Geh mal in gerauchen. Geh mal in gerauchen. Ich komm mit. Einer muss da an der Kasse stehen. Ach, ey. Was haben die denn dabei gesagt? Das war so klar, dass da jemand steht. Oh, Mann.